Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Josel, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie bleiben befehlst du in der Seite! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Militär hat mit Belogen! Der Militär hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträchtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nichts als Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Mr. Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mit jedem nur festigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kumpel daran getan, von jahrelang alle Höroffiziere richtig dient zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus München das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!